So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Sende Daten an die Drohne. Ich selber bin jetzt noch gerade hier oben. Ich weiß selber noch nicht, wie es genau aussieht. Gegner habe ich schon mal keine hier oben. Schon mal sehr wichtig. Ah, hier ist die Drohne. Und Daten senden. Zack. Weg ist die Drohne. Wieder ganz easy XP. Also ich sage ja, die Aufgaben... Na, wir hören jetzt mal zu. Die Aufgabendienste sind halt wirklich in meinen Augen zu leicht. Also das sind wirklich geschenkte XP. Und kleiner Tipp nochmal von mir. Denkt dran, holt euch immer hier diese Kopfgeldgeschichte mit. Ist einfach ein ganz leicht verdientes Gold. Ihr seht, ich habe schon wieder 3000. Aber ich bin es auch nicht wirklich am Farmen. Ich sage ja, ich mache meine Level eigentlich mit Rette die Welt. Macht halt ultra fun. Ich habe jetzt meine eigene Basis jetzt gebaut im Wald. Und halt komme ich so bis Level 29 alleine, wenn ich richtig spiele. Wenn ich gar nichts mache, AFK-mäßig, komme ich halt wirklich so bis Level 13, 14, 15, 16, 17, 18. So in dem Dreh. Aber ich quatsche euch nicht weiter voll. Ich gehe auch zu der nächsten Aufgabe. Ja, muss aus der Runde rausgehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.